Video läuft vorbei, Sie werden von der Selina gerade behandelt und nach der Lichtkinesiologie Methode von Moenzotelani. Und Ihnen ist aufgefallen, nach der ersten Behandlung, dass Sie die Zunge aus der Strecken können. Seien Sie mich euch. Super, wieder reinig. Und wenn man dazu sagen darf, das ist eine Bulbäre von der ALS, wie Sie zuerst einmal da waren, haben Sie so schlecht verständlich gesprochen und vorher war es noch viel schlechter und Sie sind von Dr. Lechner zu uns hergeschickt worden, der hat sich operiert im August und im September und danach, nach der Eliminierung dieser Niko Herde, ist das Rehen wirklich besser geworden. Ja, deutlich besser. Also ich habe für ungefähr einen Monat ungefähr, dann ist es wieder schlechter geworden. Ja, dann ist es wieder schlechter geworden. Und jetzt mit dieser Lichtkinesiologie redet Sie also anständig. Dazu ist einmal was. Ja, ich bin super, super, super drauf. Ich kann mich verständigen, mir fallen gewisse Buchstaben, überhaupt nicht mehr schwer. Es ist einfach ein Hammer. Und vor allem, ich kann meine Zunge wieder benutzen, zum Beispiel, wenn ich Speisen am Gaumen oben habe, dass ich die eher wieder runterbringe. Aha, war das vorher nicht bevor? Nein, das habe ich gar nicht mehr, wenn es am Gaumen oben war, dann habe ich die Finger hernehmen müssen. Also es war, es ist echt ein Wahnsinn. Richtig. Und der Lechner hat gesagt, Sie haben ja vorher schon eigentlich einen Sprachsynthesizer auch immer wieder mal verringen müssen. Genau. Weil Sie Tagesverfassungsabhängig wirklich ganz schlecht gehört haben. Ja. Super, danke. Ich habe Ihnen erzählt, wir waren jetzt gerade in Amerika drüben, von Dr. Simon Young, und die haben uns vier geheilte Fälle gezeigt von ALS, und zwar während des Forderungsvorschein im Kieferchirurgen, der die Zahnherde heraussernimmt, wo jedes Mal nach der Eliminierung der Zahnherde der Versteckten eigentlich es zu einer totalen Verbesserung gekommen ist bei den Patienten. Also das glaube ich auch auf jeden Fall, weil durch auch die Zahnsanierung, die Störfeln wieder weg, habe ich leichter meinen Schlücken getan. Das Überproblem, wie auch meine Krankheit auftreten ist, war ja, dass ich meinen Speicheln nicht mehr zusammenkomme. Richtig, genau. Der zahle Speichel und der fülle Speichel und so weiter. Und das ist einfach. Also es schaut wirklich so aus, als ob aus der Kombination von St. Union hat es gern Parasitentherapie, Pilztherapie und Porellentherapie und einer sorgfältigen Zaunherdbearbeitung mit dieser Lichtkinesiologie nach Enzo Celanien, dass wir da tatsächlich ein Werkzeug in die Hand bekommen. Ja. Dankeschön. Bitte.